Hallo und Herzlich Willkommen zu einer Runde Rage Mode Ich probier mal wieder mein Glück Tchuu Ah, ich bin draußen Draußen ist es doch Shane Nein Okay Ach nee Nee, das kann doch nicht wahr sein Ich will gewinnen Lass mich doch mal gewinnen hier Oh Gar nichts Ah, ich hab eingekillt Schnell verstecken Hab ich den Pfeil abgeschossen? Uh, ich hab noch eingetroffen Schnell verstecken Ich muss mich erstmal warm schießen hier Ah, jetzt geht es aber runter hier mit dem jungen Hund Nö Dann will ich mich abschließen Na gut Ich wusste auch nicht wo ich hin schießen soll War ja überall einer Kann doch nicht wahr sein hier Boah, der hat mich getroffen Ich muss sogar noch den Pfeil kommen sehen Aber der hat mich einfach getroffen Einfach so Ich hab den auch getroffen Ha, ich hab den auch getroffen Hehehe Das schießt wer auf mich Ja So ein Mist Das sind alles Hacker hier Spiel nur gegen Hacker Hä? Thai Was geht denn? H ora teh Tja 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 Yeah aber was war gerade mit den einen den habe ich zweimal getroffen und den habe ich nicht gespürt haben das war ein puky mord oder ipa wow wow voll gegen die wand gehauen was hatte ich letzt mal gesagt von mir wenn ich so schieße dann nicht noch mal da rein rennen aber trotzdem jedes mal so eine miss okay ich war auf dem vierten platz ich habe sieben kids ich bin dreimal gestorben zwölf kids hatte ich dreimal gestorben okay gut ich war schon mal besser aber ja das war mal wieder eine runde rage mode ich hoffe mal irgendwann werde ich gewinnen aber so wie es aussieht dauert das noch ein paar jahre ich hoffe ihr wartet noch so lange dass ich einmal gewinnen ich danke euch viel spaß und auf wiedersehen